Hallo, mein Name ist Mediziner Panda. Ich mache hier Videos auf YouTube, wo ich einfach mal so meine Meinung raushaue und weil ich natürlich als Internist gerade nicht so viel zu tun habe, weil die Krankenhäuser nicht so voll sind, ja, da mache ich einfach in meiner Freizeit ein paar YouTube-Videos. Ich möchte mich als Gutmensch darstellen und ich möchte andere Menschen diffamieren. Ich möchte eigentlich nicht irgendwie tief ins Detail gehen und mir die Sachen anhören, die andere Leute sagen, sondern ich mache es einfach so, dass ich sie pauschal als Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikal oder Nazi betitle, denn dann brauche ich mich auch gar nicht mit denen unterhalten. Auch wenn sie vielleicht bessere Argumente haben und meine Sachen schon lange widerlegt haben und die Sachen sich am Ende doch anders rausgestellt haben, als sie eigentlich sind, kann ich mich trotzdem hinstellen und sagen, ich habe keine Lust mich zu unterhalten, weil ich weiß es besser, ich bin ja Mediziner, ich habe ein Stethoskop um meinen Hals. Da muss ich überhaupt nicht zuhören und die Leute werden mir schon irgendwie glauben, auch wenn ich völligen Blödsinn erzähle. Tja, man hat natürlich gemerkt, dass ich vielleicht mit der Zeit in eine eigene Bubble eingetaucht bin, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken kann und Panik verbreite, Angst verbreite und einfach nur einen Speil zwischen die Gesellschaft treibe. Aber das ist mir relativ egal, weil mein großes Ziel ist eigentlich, irgendwann mal aufzusteigen in meinem Beruf als möglicher Arzt irgendwann und dann eventuell ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Ich möchte auf der richtigen Seite stehen. Falls wir doch vielleicht mal eine Regierung bekommen, die das Ganze belohnt und wenn da Menschen eben auf der anderen Seite wegfallen und Kollateralschäden vielleicht auftreten, die höher sind als aktuell die Todeszahlen, dann ist das völlig egal, dann versuche ich das zu vernachlässigen. Da ich natürlich Mediziner bin, ist es so, dass ich damit auch mein Geld verdiene und ich verdiene natürlich nur Geld, gerade als Internist, wenn Menschen ins Krankenhaus kommen und ich die operieren kann, wenn ich dafür überhaupt mal Zeit habe, weil ich ja die ganze Zeit satirische Videos mache. Aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt Prävention betreiben würde, so wie es ja einige Menschen fordern, so ein paar Verschwörungstheoretiker-Nazi, Verschwörungstheoretiker-Nazis, dann wäre es ja so, dass die gar nicht mehr so krank sein würden und dann hätten wir vielleicht viel weniger Aufmerksamkeit als Mediziner und ich könnte mich nicht so profilieren und als Gutmensch darstellen, wenn die Menschen an ihre eigene Gesundheit denken würden. Also Sport und gesunde Ernährung, da wäre ich sofort dagegen, dass man das entsprechend macht, weil das ist natürlich etwas, womit man kein Geld verdienen kann am Ende. Und ich möchte natürlich Geld verdienen und ich möchte weiter eingeladen werden auf die großen Treffen der Pharma-Industrien, wo mir gezeigt wird, welche neuen Medikamente ich einsetzen kann, bevor ich mich damit beschäftige, wie man eigentlich ein gutes Immunsystem aufbaut durch Sport, gesunde Ernährung und generelle Lebensstiländerungen. Deshalb diffamiere ich lieber andere Personen, anstatt mich eigentlich mit den Problematiken zu beschäftigen, die dahinter stehen und den eigentlichen Argumenten. Das finde ich viel besser und dementsprechend wünsche ich euch noch was. Alles dicht machen. Ich hoffe, wir machen alles wirklich dicht, damit noch mehr Kollateralschäden bei mir im Krankenhaus landen und ich endlich mal wieder ein bisschen Arbeit habe. Euer Mediziner Panda hier mit dem Stethoskop.